Hey Leute, willkommen zu einer weiteren unteren Shakes and Fidget und wie ihr seht, es ist schon dunkel draußen in Shakes and Fidget. Ihr müsst auch schon lange im Bett sein. Keine Ahnung, ab wie viel Uhr hier der Mond erscheint, beziehungsweise ab wann das hier so ist, aber gibt es überhaupt einen Tag-Nacht-Zyklus? Gibt es das hier? Moment mal, wenn ich jetzt auf Server 2 gehe, da wird es ja wahrscheinlich nicht so spät sein. Hier ist auch Nacht. Gibt es so einen Zyklus? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hier drauf. Nein, gibt es keinen, oder? Ich weiß es nicht, ob es hier einen Tag-Nacht-Zyklus gibt. Ich habe wirklich nie darauf geachtet, ob zur Zeit ist es auf jeden Fall Nacht hier. Ihr könnt dabei gerne reinschreiben. Das sind immer so welche Sachen, die man einfach, wo man gar nicht drauf kommt, die man eh sich nicht anschaut. Naja, und zwar heute geht es weiter mit Server 22, beziehungsweise wir starten mit Server 22 und vorweg zu der Brieftaube. Ich habe die ja heute hochgeladen, beziehungsweise gestern bei euch. Viele haben gesagt, ja, warum denn nur Server 22, Server 23, wo ist ja Server 24 und so weiter. Das kommt dann in der nächsten Brieftaube, werden die anderen Server hinzugefügt. Keine Angst, da das Video schon sehr, sehr lang war und man muss sich wirklich sehr stark konzentrieren, um das Ganze zu bewerten. Und so eine längere Zeit ist schon ziemlich hart und ich weiß gar nicht, ob wollt ihr überhaupt so lange Videos sehen? Ich glaube kaum. Deswegen werde ich das auf einer halben bis 45 Minuten begrenzen, so welche Brieftaube-Videos. Und in der nächsten Brieftaube werden dann die anderen Server hinzugefügt, weil diese ja quasi, da kommen nicht so viele Nachrichten rein wie auf Server 22 oder Server 23, weil dort kommt, wie gesagt, am meisten rein. So, wir fangen an mit der Arena. Nein, 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 machen wir nicht. Wir fangen an mit dem Waffenladen und irgendwie habe ich hier gerade ein paar Performance, beziehungsweise die Performance, sondern Internetprobleme, weil es lädt viel zu lange. Ich habe hier schon mal zwei Items, das heißt, wir können schon mal auf die Toilette gehen und etwas dort hineinschmeißen. Die Alu ist selbstverständlich schon fertig gespielt und wie man vielleicht, äh, was war das denn gerade? Ähm, äh, ja, was war das? Kommt das nochmal? Nein, was zur Hölle war das? Keine Ahnung. Wie gesagt, äh, scheinbar hat mein Bruder mal wieder ein paar lustige Downloads an, deswegen vielleicht, äh, diese Bereiche von den Bildern. Auf jeden Fall habe ich zur Zeit nicht so guten Ping, deswegen kann es sein, dass es einen Ticken länger lädt, aber das soll uns ja nicht stören. Wir schmeißen mal hier was rein und bekommen dafür Ausdauerschuhe, die wir auf keinen Fall brauchen, schmeißen wir weg. Im Waffler gab es nichts, im Zauberladen vielleicht und seit Tagen habe ich endlich wieder eine freie Nase. Ich habe immer so eine, so eine Nasendusche gedörnt, beziehungsweise so, so ein Dampfbarb mal fertig gemacht und meine Nase durchgespült, gerade eben. Auch wie ich, wenn ich jetzt mal meine Nase mal so gucke, ja, das wird schon wieder etwas schlimmer, also, hm, für ein paar Minuten ist es toll danach, hm, mal schauen, wie lange das anhält. Ich denke mal, morgen früh ist das Ganze eh schon wieder vorbei. Naja, ein kurzer Spaß, aber naja, ich versuche mal nicht, meine Nase so viel einzusetzen. Habe ich extra nur für euch gemacht, damit ich vernünftig hier aufnehmen kann und ihr nicht die ganze Zeit meine Nase hört. Die Gilde, wie sieht es aus? Ja, wir, glaube ich, ein Rate verschoben, genau auf morgen oder so, in der erste Rate, 9 Uhr, am 26.02., also quasi heute, alles klar. Ja, dann können wir auf den Charakter gehen und wir wollten eigentlich unsere Ausdauer hochpushen, da wir das etwas vernachlässigt haben, das werden wir nur noch machen. Wir haben Stufe 241 erreicht, das bedeutet, wir können eigentlich im Dungeon noch unsere Begleiter hochleveln, wenn ich das richtig sehe. Genau, die werden wir auf alle auf 241 mal hochleveln. So, und den Rest werden wir dann wieder in Ausdauer rein skillen. Ausdauer, alles muss weg. So, wir können noch einmal stärker skillen, dann ist das Gold auch schon wieder weg. Und als nächstes können wir im Dungeon, im Dungeon, ja, im Dungeon gehen wir rein und können hier mal versuchen, ob wir nun die Kollegin hier im Turm schaffen. Ich bin mal gespannt. Wir haben gestern sehr knappe Trice gehabt und dadurch, dass wir jetzt ein Level mehr haben, vielleicht ist sie nun drin. Wir haben hier noch ein Köpfchen mit 400, das könnte eigentlich besser sein. Wir geben es mal unseren Kollegen anstatt diesen Epik-Helm, da es ja eh ein Geschickgegner ist, bringt Geschick, also mehr. Wir schauen mal, unser Magier reißt nicht, doch Magier hat eigentlich gut was gerissen, unser Kundi, naja. Also unser Krieger muss auf jeden Fall mal gut was hier raushauen, das, naja. Magier, hm. Also ich möchte doch gerne, dass sie überfällt. Das wäre gut. Obwohl, da war unser Kundi noch drin. Wir werden getuhitted hier fast. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es nicht. Ne, ne, die will auch nicht fallen. Also ich kann mich daran erinnern, dass unser Krieger wesentlich mehr Schaden gemacht hat gegen die. Irgendwie, das ist schon besser, Krieger. So will ich das sehen. Magier, du reißt irgendwie gar nichts heute. Und Kundi, ich habe auch mehr von dir erwartet. Du kannst auch ein bisschen mehr ausweichen, das ist ja gar nichts vom Krieger. Da kann man gleich überspringen, das wird eh nichts. Wir brauchen einen guten Try. Wir brauchen einen Krieger, der viel reißt. Grenzwertig schon wieder. Magier zieht gar nichts ab. Kundi auch, na. Jetzt ziehe ich so viel ab. Wisst ihr, wenn wir noch 50% hätten, wenn ich würde dann so viel abziehen, dann würde es gehen. Auf jeden Fall so. Jetzt Kundi, zeig was du kannst. Das war gut, Kundi. Das könnte etwas werden. Ich schaue mir den Kampf mal nicht komplett an, beziehungsweise wir schauen uns den nicht komplett an. Da es, wie gesagt, immer lange dauern wird, wenn Kundi gegen Kundi spielt. Da war es fast. So, wir haben 1450 Pilze noch. Ich will die ganzen jetzt hier nicht weiter ausgeben. Wir belasten das hierbei. Leider wird nichts mehr fallen. Arena-Kampf können wir noch machen. Ich bin etwas runtergefallen. Deswegen werde ich wahrscheinlich wieder hochgehen. Rang 30. Ich habe in letzter Zeit nicht so viele Kämpfe gemacht. Ist mir auch erstmal egal. Top 25. Lass ich den Haken drin, weil es ohne Probleme möglich ist, in Top 25 zu kommen. Wie gesagt, es wäre nur sehr pilzintensiv. Aber wir lassen es mal. Top 25 ist noch angekreuzt, weil, wie gesagt, lockert. Also, ich schätze mich zur Zeit von meiner Stärke, von meinem Charakter auf einen Platz. Top 20 Platz auf jeden Fall ein. Dann werden wir mal sehen. Guck mal, der Schoki ist auch hier noch 29. Ganz einfach. Wenn die einfach jetzt um diese Zeit viel raushauen in der Ehrenhalle, dann fällt man halt. Aber es ist ja kein Problem. In ein paar Kämpfen lässt man auf jeden Fall wieder oben auf. So, weiter geht es mit Server 23. Hier ist die Brieftaube ja auch fertig gemacht worden. Und wir haben sehr viele Items. Deswegen gehen wir erstmal aufs Klo und schmeißen da was rein. Wie wäre es denn hiermit? Können wir dieses denn noch reinschmeißen? Dieses Epic? Natürlich können wir dieses Epic noch reinschmeißen. Da kommt ein Krieger-Epic raus, was wir vielleicht im Turm gebrauchen könnten. Mein Freund, mein Jung. 188, das ist besser. Ja, das ist wesentlich besser. Dieses Item ist natürlich für die Katz, beziehungsweise für die Tonne. Dann können wir hier vielleicht noch die beiden sogar aufbewahren. 413 Ausdauer. Wenn da Stärke oder sowas rauskommt, wäre es gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn hier noch? Im Waffenladen leider nichts. Im Zauberladen haben wir eine Kette mit 420 Intelligenz. Oh, ich muss so langsam aber sicher meine Epics austauschen. Wann kommt das erste Epic-Event? Die Post blinkt hier. Oh, ich habe schon wieder 31 Nachrichten. Das gibt es ja gar nicht. Macht man einmal die Brieftaube? Bam, ist sie wieder voll. Gilde, schauen wir mal rein. Da sieht es soweit aus. Wir haben gerade, wir können eigentlich den nächsten Raid bald starten. Ich bin mal am überlegen, wann wir das machen können. Ich bin immer noch hier Stufe, beziehungsweise ich bin Stufe 207. Die Gilde, ja. Wir haben immer noch ein paar Plätze frei übrigens. Die Bewerbung werde ich gleich nochmal durchgehen. Ich habe ja gestern alle gemacht bei der Brieftaube. Und Arena, Arena, Arena. Arena Kampf, nein, wir werden erst skillen. Spenden ja zur Zeit ist bei mir nicht so angesagt in der Gilde. Wir skillen etwas die Nebenattribute. Wir schauen, wir haben 1462 Intelligenz, 1352 Ausdauer und 1244 Glück. Deswegen skillen wir Glück und Ausdauer. Ah, Glück und Ausdauer und denk an die Nebenattribute, Lars. Die Nebenattribute muss man immer pushen. Sie sind so toll, sie braucht man immer. Und im Turm, beziehungsweise nicht im Turm. Jetzt haben wir wieder nicht unsere Begleiter gelevelt. Egal, wir wollen erst den Dungeon. Also ich will erst den Dungeon klatschen. Also den Dungeon besiegen hier, bevor ich, also Beppo, der Clown, bevor ich im Turm die Leute hochlevel. Also, ach, warum fängt der denn? Der macht so böse Hits hier. Der könnte nun fallen, er muss aber nicht fallen. Wir haben es gestern gesehen, es waren sehr knappe Trists dabei. Ich werde es... Oh, die, 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 Beppo, Beppo, du Terrorclown. Warum fällst du denn nicht? Entschuldigung, warum fällst du denn nicht? Irgendwie will der gerade nicht fallen. Und wir schauen mal. Ne, das gibt es doch gar nicht. Okay, Shakes and Fidget. Du hasst mich, du hasst mich wirklich. Was ist das für ein Try? Boah, nur noch, das ist, ey, das ist unfassbar. Habt ihr gerade gesehen, wie wenig er HP nur noch hatte. Der muss ja doch fallen. Das geht doch nicht anders. Und der fängt jedes Mal an und dann hab ich trotzdem noch so gute Trists. Jetzt lass mich doch mal anfangen. Und dann hau ich wieder so scheiß Trists raus. Also, der ist auf jeden Fall drin. Wir gucken mal einen kompletten. Na, ich muss gute Hits machen. Ich mach total die scheiß Hits. So kann das nichts werden. Gucken wir mal einen schlechten Hits an. Das ist ja gar nichts, was ich gerade hier raushaue. Der war schon besser. So welche brauche ich die ganze Zeit, so welche Hits. Dann wird das was. Der war schlechter Hit. Das können wir schon wieder abbrechen hier. Und wir müssen anfangen und einen guten Hit haben. Sonst bringt das nichts hier. Gott, ich hau schon wieder Pilze raus. Und er fällt einfach nicht. Das gibt es nicht. Also, ich will jetzt, dass der fällt hier. Der muss fallen, normalerweise. Ich hab nicht Lust, noch einen Tag zu warten. Aber wahrscheinlich wird das so laufen. Ja, hm. Äh, noch. Wir machen nochmal 5 Trists. Ab jetzt 5 Trists. Ich fang bestimmt nicht einmal an. Ja, jetzt fang ich an mit so einem Scheiß-Hit. Wieder so ein dreckiger Hit. So. Das ist der letzte Try. Wir schauen dir uns komplett an, ob das was wird. Das ist gar nicht mal. Das war ein guter Hit. Jetzt bekomme ich auch so einen dreckigen Hit ab. Jetzt ein Crit. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Und lass mich doch mal anfangen. Scheiß-Hit von mir. Noch ein dreckiger Hit. Guter von ihm. Von ihm natürlich. Wieder alles Scheiße hier. Das gibt's doch gar nicht. Wir versuchen es nochmal mit der anderen Waffe, obwohl die eigentlich weniger Damage hat. Er hat hier wesentlich weniger Damage, aber ich hab halt mehr Ausdauer damit. Ich würde halt mir damit aushalten. Etwas mehr damit aushalten. Ja, äh, Sätze muss man schon bilden können. Da seht ihr, ich mach damit wirklich gar keinen Schaden. Aber ich krieg ihn eigentlich auch ziemlich niedrig. Obwohl, solche Trys hier sind ja total scheiße. Ne, können wir vergessen. Ich lass auch diese Waffe immer drin. Weil die eigentlich ziemlich gut ist, auch für die Ehrenhalle. Deswegen machen wir mal einen Arena-Kampf gegen den Ploink, den wir, gegen den wir nicht gewinnen. Hm, okay. Er ist natürlich im Hall-Level über uns. Aber von den Werten her. Okay, 12, 6, 5, 6 hat der. Ich hab, ja gut, er ist besser auf jeden Fall von uns. Letzt her. Aber Rang 51 bin doch ziemlich weit nach hinten gefallen. Ich muss so langsam anfangen, meine Epics auch zu tauschen, beziehungsweise auf das nächste Epic-Event warten. Mal schauen. Das war soweit, Zwer 23 machen wir weiter mit Zwer 24. Und hier schauen wir erstmal in die Gilde. Da bedankt sich mal für die Einladung, kein Problem. Und zwar hab ich hier noch nicht die Brieftaube gemacht. Die wird dann später kommen. Wie gesagt, hab ich unter einem Video auch gesagt. Wir schauen erstmal in den Waffenladen, was wir denn hier so haben für unseren Kundi. Vielleicht was Brauchbares, natürlich nicht. Wir brauchen keine Stärkeschuhe. Im Zauberladen ist auch nichts. Das ist das Item, was in den Müll geschmissen werden kann. Und dann werden wir Gold spenden in die Gilde. Gold 1500, mein altbekannter Betrag, den ich gerne spende. Da kommt er rein. Natürlich. Und den Rest werden wir dann verskillen. Was haben wir denn so geskillt hier? So niedrige Attribute, wenn man das mit Zwer 22 und 23 vergleicht, nicht wahr? Hihihihi. Glück. Glück ist ein bisschen vernachlässigt worden. Deswegen geben wir Glück. Und dann machen wir einen Arena-Kampf, den wir natürlich, ich denke mal, doch verlieren, da wir heute zur Zeit alle... Oh, wir haben gewonnen. Ich dachte eigentlich, wir haben zur Zeit alles verloren an Kämpfen. Deswegen dachte ich eigentlich, dass wir hier auch verkacken. Aber das ist gut. Hier fast 85% Sammleralbum gerundet. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Die 100 Alu sind natürlich schon fertig. Die Stadtwache läuft hier vier Stunden noch. Vier Stunden, meine Freunde. Bis dahin, ne? Bist du Bescheid? Hm, in der Ehrenhalle sind wir Rang 1791 und im Dungeon, im Dungeon, im Dungeon hätten wir... Wir haben schon wieder sechs Pilze oder haben wir nicht... Oder haben wir die gespart? Ich weiß es gerade nicht. Der grüne Rex ist natürlich eine sehr große Herausforderung mit seinen Stufe 94. Der wird auf jeden Fall nicht fallen. Wir müssen leider auf Server 24 noch die Dungeons in Ruhe lassen. Denn zur Zeit habe ich wieder einen Frosch im Hals. Eine kleine... Übrigens Entschuldigung für die ganzen kleinen Katze oder so im Video. Denn wenn ich einen Frosch im Hals habe, dann muss ich kurz husten. Und das möchte ich euch nicht antun im Video. Deswegen pausiere ich das kurz und nehme das Ganze dann wieder auf. Ich hoffe, das Video wird dann nicht asynchron, wenn ich so viele Pausen mache. Weil das kann passieren. Aber normalerweise sollte das nicht passieren. Im Dungeon lassen wir das erstmal so stehen. Server 24 machen weiter mit Server 2, United Kingdom. Dort fangen wir an mit dem Waffenladen. Haben wir hier etwa... Oh, eine Waffe mit Stärke? Mit Stärke? Oh, was hat die denn für ein... 260 Durchschnittsschaden. Aber hinten nur raus 314. Und die hat 356 raus. Was ist das denn für ein Scheiß? Das gefällt mir nicht. Die Waffe kann ich jetzt mir nicht kaufen. Das lohnt sich auf jeden Fall nicht. Ein Gürtel mit 260 Stärke. Hier haben wir 251. Ist auch schlechter. Im Zauberladen haben wir hier etwas noch mit Stärke. Ist denn die Stärke hier anwesend? Da ist die Stärke. Aber hier besitzen wir einen Epic Ring. Deswegen werde ich mir das nicht kaufen. Schau mal in die Gilde. Wie sieht es hier aus? Ah, da hat der Clown die Gilde verlassen. Den Clown habe ich runtergestuft, weil der böse Gilden-Rails einfach gestartet hat. Obwohl jemand da war. Deswegen musste ich ihn leider runterstufen. Das hat ihm wohl nicht so gefallen. Deswegen ist er gelieft. Gelieft. Deswegen sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, bis bald. Naja, wenn man das halt nicht abkann. Wenn man einfach so ohne irgendwelche Absprache oder so einfach so Rails startet. Und ich sehe gerade mein Mount nur noch 7 Tage. Dann wird man halt wieder runtergestuft, weil man halt das Ganze vorher klären muss. Weil sonst funktioniert das nicht in der Gilde, ne? Ihr wisst Bescheid, wie eine Gilde so abläuft. Wir haben 854 Basis von Stärke. Das ist ziemlich viel. Und wir haben voll wenig Crit. Warum haben wir immer so wenig Crit? Auf jeden Charakter haben wir so wenig Crit geskillt. Was soll das denn? Neben Attribute. Und den letzten Pilz werde ich opfern. Und zwar werde ich den Opfern für den Stall. Ich werde hier mir einen weiteren Tiger leasen. Sonst werde ich das vergessen. Dann haben wir jetzt nur ein Try im Dungeon. Und der Sandsturm. Schaffen wir den Sandsturm? Das ist ziemlich stürmisch da. 156. Können wir vergessen. Der unheilige Mönch. Der ist ja gestern fast gefallen. Aber schade, schade. Weiter machen wir mit Server 8 United States. Hier sieht es so aus, dass wir erstmal in den Waffelladen schauen. Wie immer. Hier haben wir Handschuhe mit 173 Intelligenz. Nee. 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 Im Zauberladen haben wir etwas Brauchbares. Einen Intelligenz-Trank. Oh. 168. Nee. Nee. Schlucken wir noch 5 Jahre bis zum Klo. Deswegen kann ich die Epics nur aufbewahren. Dann schauen wir mal. Warum blinkt immer auf Server 8 die Stadtwache? Das gibt es doch gar nicht. Schauen wir in die Gilde. Hier spenden wir unseren Betrag. Gold spenden wir hier 2000. Oh, nicht 20.000. 2000 natürlich. Nicht übertreiben. So viel haben wir ja gar nicht. Und den Rest verskillen wir dann. Und zwar wollten wir eigentlich unser Ausdauer und Glück hier hochbringen. So. Und im Dungeon hätten wir dann 2 Trice. Der grüne Gremlin war glaube ich als nächstes dran. Wenn ich mich nicht täusche. Schauen wir mal. 118. Wenn wir anfangen könnte er fallen. Er könnte jetzt fallen. Er kann fallen. Oh. Er hat so behinderte Hits von mir. Er will nicht fallen. Doch. Er fällt noch. Äh. Wie habe ich das denn geschafft? Okay. Ist in Ordnung. Dann fällt er eben. Ja. Jetzt sind wir Fassstufe. Beziehungsweise wir haben jetzt. Es fehlt nur noch ungefähr ein Drittel bis 96. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und. In der Post. In der Post haben wir wieder sehr viele Angriffe. Übrigens wie gesagt Server. 24. 8 United States. 2 United Kingdom. Werden wir alles in der nächsten Brieftau machen. Wie ich schon erwähnt habe. Das restliche Gold wird in die Gilde gespendet. Was wir gerade beim Dungeon bekommen haben. Und somit kommen wir zu dem letzten Server. Das ist Server 5. Hier ist die Challenge vorbei. Ich werde noch ein extra Video machen zu der Challenge. Und hier legen die schon fleißig los. Machen alle Dungeons. Füllen ihr Sammelalbum. Und. Gewonnen hat. Ich bin Louis. Der Paschi und der Eiskiller. Die haben ihre PaySafe Card schon von mir zugeschickt bekommen. Über die private Nachricht. Bzw. Über das Postsystem. Ich hoffe das haben alle bekommen. Wenn nicht. Schaut dort mal rein. Dort steht der Code. Nicht der Code. Der aus dem Arsch rauskommt. Sondern der Code von der PaySafe Card. Und dieser Code steht dann dort. Ist der 10 Euro PaySafe Card. Wie gesagt. Die ersten drei haben eine 10 Euro PaySafe Card von mir bekommen. Als Belohnung. Weil ich so gut fand. Oh. Ich kann den Schoki angreifen. Schoki. Ich muss dich leider besiegen. Es tut mir leid. Aber. Das gibt es ja gar nicht. Der hat ja mich noch weggekrittelt. Dann hat der mich noch weggekrittelt. Die alte Drecksau. Ja. Dann sind wir eigentlich soweit fertig. Wie gesagt. Es tut mir leid. Dass die Parts zur Zeit etwas kürzer sind. Und dass am Wochenende kein Part mit der Webcam kam. Hat ja schon jemand in den Kommentaren geschrieben. Und gesagt. Zur Zeit bin ich etwas angeschlagen. Und sehe nicht ganz so berauschend aus. Deswegen warten wir noch. Bis ich etwas gesünder bin. Ich hoffe. Das wird passieren in dieser Woche. Spätestens Freitag. Dass wir halt wieder den Livestream verläuft. Die machen können. Sonst vielleicht ohne Webcam den Livestream. Mal schauen. Wie wir das machen. Ihr hört es auch an meine Stimme. Ich muss zwischendrin zu viele Pausen machen. Ich muss immer husten. Und meine Nase läuft. Das ist alles scheiße. Wie gesagt. Ich hoffe. Das wird in den nächsten Tagen besser. Dann werden die Parts auch wieder länger. Und ein bisschen mehr mit angenehmerer Stimme. Und nicht so ein Rauschen immer drin. Beziehungsweise so ein Frosch im Hals. Ich bin der Zuschauer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen. Wenn ihr dieses Video mit einem Daumen nach oben bewertet. Und weiterleitet. Und schaut bitte auf Facebook. Facebook.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.